Hi Leute! Schön, dass ihr wieder dabei seid und seid ganz, ganz grüßlich geherzt hier im 10. Teil, somit auch im Level 10 des Spongebob-Heldenschwamm-Let's Plays. Wir legen gleich los, ja? Wir sind, Spongebob ist bereit. Aha, okay, alles klar. Ich habe aber keine Freunde. Oh, nah, hin. Moment mal, das stimmt doch was nicht, glaube ich. Sofort, Leute, Sekunde, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Zurück. Ah, nein, nein, Moment, Moment. Irgendwas stimmt jetzt da nicht, Leute, da, äh, puh. Die meisten Meeresschwemme leben nicht gerne in einer Ananas. Level 1, Level 10. Level 9, ja, Level 10. Ach, Alter, ja, ja, klar, das habe ich geschafft. Ja. Genau, da war ich noch nicht. Okay, super. Weil es, der Anfang war jetzt so ziemlich ähnlich, jetzt war ich noch ein bisschen irritiert, ne? So. Ja, er ist bereit. Gut, dann legen wir jetzt mal los, ja? Deswegen dachte ich, dass ich nochmal das Level 9 machen muss. Aber das passt. Okay, alles klar, Sponji. Das sagst du jedes Mal. Mittlerweile habe ich mir das auch gemerkt. Ja, aus dem Weg. Sponji, jetzt ehrlich. Ja, ja, jetzt haben wir noch den Vulkan hier kaputt, damit er uns nicht mehr mit Lava vollspucken kann. Es ist immer so heiß und sehr gefährlich, ne? Hopp, hopp, hopp. Ja, super. Läuft doch. Ah, Moment. So, jetzt erstmal schön alle Münzen einsammeln. Genau, so ist gut. Hier gibt es noch ein paar Münzen und weiter geht's. Genau, jetzt gehen wir hier Richtung Quallenfeld. Super. Und weiter. Weiter. Hey, das läuft super. Mach weiter. Hopp, 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 hopp. Ja, fein. Hast du gut gemacht, Sponji. Oh nein. Schon wieder Plankton-Bot. Äh, Plankton-Bot. So rum. So. So. Wah. 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 Ja. Wow. Pass auf. Ja, das tut weh. Musst aufpassen hier. Super. So, Moment. So. Hopp, hopp. Hunde, da ist niemand. Komm her. Mein Hund, der bellt immer, wenn jemand am Haus vorbeigeht. Das ist Wahnsinn. Hey, Hundi, komm her. Ein verrückter Kauz, ich sag's euch. Na, jetzt muss ich warten, bis er sich beruhigt. Es kann ein bisschen dauern, bis er sich beruhigt. So. Gut, wir gehen jetzt weiter. Und weiter geht's. Jawohl. Ah, ja. So läuft das. Gut. So, Leute, ich muss aufhören. Meine kleine Nervensäge will schon wieder was von mir. Also, Leute, dann sehen wir uns bald wieder. Ja, bleibt einständig und sauber. Das heißt auch Bauchnabel waschen. Von dem Video logischerweise gibt's ne Fortsetzung. Also, bis bald. Tschö, Papa. 2 2